Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achimund, das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 28. Juni. Heute haben wir dabei Johnny Ive, Pokémon Masters, Wizards Unite, SpaceX und Google Maps. Beginnen wir mit der großen Überraschungsnachricht. Johnny Ive verlässt Apple. Johnny Ive, bekannt als Designvater des iPhones und des iPads und des iPods und auch diverser Macs, der macht jetzt seinen eigenen Laden auf. Der heißt Love From und wird Apple auch als ersten Kunden haben. Für viele ist Johnny Ive ja für die Firma wichtiger als Tim Cook im Hinblick auf die Zukunft. Von daher muss man mal gucken, wie der Aktienmarkt reagieren wird. Und Tim Cook hat natürlich auch schon was gesagt. Der hat das ein bisschen runtergespielt und meinte, Apple wäre gut aufgestellt und hätte einen Part-Pool von Designern, der besser nicht sein könnte. Ja, was soll er auch sonst sagen, der gute Herr Cook. Nächste Nachricht. Pokémon Masters. Das wurde ja vor ein paar Wochen schon im Rahmen eines Calls bekannt gegeben. Pokémon Masters hat jetzt aber auch ein Erscheinungsdatum bekommen. Also für Android und für iOS wird es diesen Sommer kommen. Okay, der Sommer hat schon angefangen, ist dann auch nur noch knapp drei Monate lang, also warten wir ab. Es gibt auf jeden Fall weitere Informationen zum Spiel. Unter anderem wird das Spiel umsonst sein, aber natürlich auch In-App-Käufe haben. Sprich, man folgt hier durchaus dem Pokémon-Go-Schema oder auch dem Schema vieler anderer erfolgreicher Spiele. Es wird drei gegen drei Kämpfe in Echtzeit geben und eine ganze Menge mehr. Und falls euch das interessiert, wir haben natürlich einen Link in den Shownotes dazu. Und wenn wir schon beim Spielen sind und auch gerade Pokémon-Go erwähnten. Niantic hat ja mit Harry Potter und Wizards Unite eine Pokémon-Go-Variante aus dem Harry-Potter-Universum gelauncht vor ein paar Tagen. Und sie hatten auch schon beim Start angedeutet, dass sie eventuell auch ein Fest machen, ähnlich dem Pokémon-Go-Fest, was ja nächste Woche in Dortmund stattfindet und vor knapp zwei Wochen auch schon in Chicago stattgefunden hat. Ja, und jetzt ist es raus. Es wird ein Harry Potter Wizards Unite Festival geben. Und das wird stattfinden in Indiana, im US-Bundesstaat Indianapolis, am Labor Day Weekend. Das ist vom 31. August bis 1. September. Auch dort wird man ein Ticket benötigen, auch ähnlich wie bei den Pokémon-Go-Festen. Und weitere Infos werden dann wohl demnächst folgen. Und schauen wir mal, ob dann halt auch dieses Besatz Unite Festival vielleicht im nächsten Jahr bei Erfolg dann auch in Europa aufschlägt. SpaceX, das ist ja die Raumfahrtfirma von Elon Musk, die ja unter anderem den Mars besiedeln wollen und diverse Projekte haben. Die wollen wieder Geld. Und zwar 300 Millionen US-Dollar wollen sie aufnehmen. Und das wäre die dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr. Und das wären zusammen dann eine Milliarde US-Dollar neues Kapital. Das klingt erstmal viel. Die haben natürlich hohe Kosten in der Weltraumfahrt. Allerdings ist jeder Staat einer SpaceX-Rakete im Plus. Denn die bringen ja auch zum Beispiel Satelliten für die US-Regierung hoch. Und Elon Musk hat vorher gesagt, dass sie auf dem Weg sind, einen Umsatz zu machen von 3 Milliarden US-Dollar dieses Jahr. Also sie suchen zwar Geld, aber sie machen auch Geld. Aber wie viel Profit bleibt, das ist eher die wichtige Frage. Und ja, schauen wir mal, wie auch da die Reise weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ja, auch ein teures Thema. Gefühlt haben wir auch jetzt ein paar Mal in den Dailies auch Google Maps dabei gehabt. Und auch heute schon wieder. Denn da wird ständig irgendwie was gemacht und eingeführt. Und jetzt bekommt Google Maps eine Anzeige von Live-Verkehrsverzögerungen. Zum Beispiel für Busse, die keine Live-Daten haben. Und es wird auch Informationen geben, wie sehr Busse, Züge und auch U-Bahnen ausgelastet sind. Eine ähnliche Funktion gibt es auch in der von mir sehr geschätzten App CityMapper, wo gesagt wird, wo man am besten einsteigen sollte, wo am wenigsten los ist. Und bei Google Maps wird es wohl ähnlich sein. Und die Daten werden wohl durch Crowdsourcing gesammelt. Sprich, man trackt halt irgendwie andere Google-Android-Nutzer. So wird es ja auch durchaus teilweise bei Navigation in Google Maps gemacht. Und gibt dann entsprechend die Info über Google Maps an den Nutzer, der dann entsprechend die Fahrt abfragt, raus. Und dann sieht man zum Beispiel halt, dass man stehen muss in der Bahn. Ja, also auf jeden Fall gute Features, wie ich finde. Und sehr nützlich. Tja, und das war es dann auch schon für diese Woche. Und diesen Freitag kommt gut in den Freitag. Habt ein tolles Wochenende. Bleibt positiv. Und ab Montag wird dann der Martin für euch wieder da sein. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.